Hey Leute, hier ist Sanako und ich bin hier gerade am Trainieren, Pokémon Bloody Platin und Dark Knight Talk auf. Und ich hab mir gedacht, das sollt ihr mitbekommen, was hier was passiert. Ich werde es versuchen zu fangen, aber ich kann es nicht versprechen. Ich penne. Aufwecker, oh Mann, wo ist das denn jetzt? Ähm, Items, auf Aufwecker. Also das ist jetzt kein Let's Play Part oder so, ich will es ja euch nur zeigen. Warte, erstmal Kungfu-Strahl, könnte das was nutzen? Okay, Dark Knight, Dark Knight, ich will es nicht umbringen. Moment. So, ich will einmal Magnesium einsetzen und machen mal einen Donner. Und überlebt, jetzt will ich was fangen. Ich hab Gott sei Dank 23 Pokébälle. Egal, es wird schon irgendwie schief gehen. Glaub ich zumindest. Oh, nee, ich dachte schon. Oh, nee, ich dachte schon. Oh, Mann, oh. Ey, wollte ich mich verarschen. Komm schon. Dark Knight gefahren. Ja, 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 ja. So, ich bin hier gerade am trainieren. Und Dark Knight ist erschienen. Ich weiß nicht, ob das mehrmals auftaucht oder nur einmal. jedenfalls gehe ich jetzt kurz pokémon heilen und dann zeige ich euch da kreis hier ich habe sogar auf der wiese in chanera heiterra gefangen hier da kreis bericht und nicht sind die kapie eines schlafenden gegner so cool hier nach mal doppelteam dunkle nebel ist nice attacke und schlimmer ort ja da geil und das war es eigentlich das werde ich so als keine special hochladen und wir sehen uns dann beim let's play bis dann